Bhagavad-Gita, Vers 2.62 Beim Betrachten des Sinnes Objekte entwickelt ein Mensch Anhaftung. Aus solcher Anhaftung entwickelt sich Lust, und aus Lust geht Zorn hervor. Erklärung Wer nicht Krishna bewusst ist, erliegt materiellen Begierden, während er die Objekte des Sinnes betrachtet. Die Sinne fordern nach Betätigung, und wenn sie nicht im transzentralen, liebevollen Dienst für den Herrn beschäftigt sind, werden sie sich mit Sicherheit eine Beschäftigung im Dienste des Materialismus suchen. In der materiellen Welt ist jeder, selbst Shiva und Brahma, von anderen Halbgöttern auf den himmlischen Planeten ganz zu schweigen, dem Einfluss der Sinnes Objekte unterworfen, und die einzige Möglichkeit dieser Verwirrung des materiellen Daseins zu entkommen, besteht darin, Krishna bewusst zu werden. Shiva befand sich in tiefer Meditation, doch als Parvatin reizte, mit ihr Sinnen Freude zu genießen, erklärte er sich mit diesem Vorschlag einverstanden, und als Folge ihrer Vereinigung wurde Kartikeya geboren. Haridas Thakur, ein geweihtetes Herrn, wurde in seiner Jugend auf ähnliche Weise von der Inkarnation Maya-Devis versucht, aber aufgrund seiner reinen Hingabe zu Sri Krishna bestand Haridas diese Prüfung mit Leichtigkeit. Wie von Sri Yamun Ajarya im oben erwähnten Vers deutlich gemacht wird, vermeidet ein ernsthafter Gottgeweihter jeden materiellen Sinnen Genuss, da er in der spirituellen Freude im Zusammensein mit dem Herrn einen höheren Geschmack erfährt. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. Wer nicht Krishna bewusst ist, wird letztlich mit Sicherheit scheitern. Gleichgültig, wie gut er seine Sinne durch künstliche Verdrängung beherrschen mag. Denn schon der geringste Gedanke an Sinnenfreude wird ihn dazu treiben, seine Begierden zu befriedigen.